Hey Leute, was geht und willkommen zu einem Pack Video. Ich hatte nämlich für Cinema 4D ein Pack gemacht, sag ich mal. Das sind nämlich so Schwerter, die halt 3D sind. Wenn man mal näher heranzoomt. Ja, hier sieht man schon 3D. Ja, 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 geil. Auf jeden Fall, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr so halt Rigs habt. Hier soll ich den Steve hier. Und da zum Beispiel bei den Schwertern jetzt Stone auswählt. Das sind die so halt ganz flach. Und da habe ich jetzt einfach so ein Pack gemacht. Hier, alle 5 Schwerter. Nicht mal das Goldschwert, nee, ich kann Eisen. Dann kann ich das eben so in die Hand legen. Ja, es ist ja nur so ein kurzes Video, weil, ähm, äh, ich habe jetzt sogar schon Speedhardt hochgeladen, aber es musste schon löschen, weil die Musik, GEMA geschützt war. Aber, ja, scheiße gelaufen, aber, das ist es halt mal. Jetzt kann ich da das Schwert auch wieder wegmachen. So. Und, ja, hat der Typ jetzt ein Eisenschwert in der Hand, das so 3D ist. Ähm, wenn ihr euch das Pack runterladen werdet, dann zieht es halt genau so aus. Einfach nur ein weißes Papier. Mit dem Namen Extruded Swords Pack. Swords Pack bei Epoch. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ist Cinema 4D starten und es einfach so reinziehen. Er öffnet sich auch schon so ein Fenster. Und einfach Doppelklick auf die Items, die ihr wollt, also welche Schwerter ihr wollt. Und, ja, habt ihr die hier unten alle schön nebeneinander aufgelistet. Und, ja, das war es auch schon für ein Video. Ich glaube, dass wir nicht so lange machen, weil Action dann wieder abstürzt. Und, ja, also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr findet das Pack gut. Ähm, ich weiß nicht, ob es das schon gibt irgendwo, aber, ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Lasst einen Like da. Ciao.